So, Hallöchen, aha. Na, wie gefällt dir dieser Kette, von dem ich mich heute entschieden habe? So schön retro, oder, mit diesem Muster? Ist natürlich auch an den Kettetaschen vorhanden, wie du siehst. Aber natürlich muss Nylon. Und was bei dem natürlich auch sehr speziell ist, sind diese wunderschönen Knöpfe. Ups, da ist mir schon wieder Knöpfe aufgegangen, kann ja nicht wahrsteigen. Ja, wie gefällt dir der Kette? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung, wie er dir so gefällt. Es hat keinen Rückenriegel. Und ja, schreib mir doch auf jeden Fall, das wäre super.